So, wir machen direkt weiter und gucken uns das neue Video von Robert an. Und zwar YouTube Deutschland, ich brauche eure Hilfe, dieser Wahnsinn muss enden. Ich weiß natürlich schon, worum es geht, weil ich in das Thema natürlich auch schon ein bisschen länger mit involviert bin und mit Robert auch schon länger drüber gequatscht habe und so weiter. Es geht um Stop Finning. Aber ich bin gespannt, wie Robert das Ganze zusammengefasst hat. Wir gucken da mal rein und let's go. So, das ist jetzt ein mir persönlich extrem wichtiges Video. Hier geht es überhaupt nicht um mich oder irgendwas, was mit mir persönlich zu tun hat. Naja, was heißt das schon? Also schon, es geht mit um meine Lieblingstiere, nämlich die Haie. Und es ist mein hundertstes Video auf diesem YouTube-Kanal Mission Erde und das bisher Wichtigste. Denn die Haie brauchen jetzt mal eure Hilfe da draußen. Ich möchte hier mit einem Aufruf starten. Und zwar geht es um das Thema Finning, also das Abschneiden von Flossen bei Haien. Das bin ich vor einiger Zeit mit Haifischflossen. So, und es gibt aktuell in Europa eine EU-Initiative. Das ist viel mehr wert als eine Petition. Und diese European Citizen Initiative, wie man sagen muss, die kann in der EU-Kommission extrem viel verändern. Die kann Europa verändernd werden. So, und wir müssen jetzt mal versuchen, dass wir das in fünf Minuten runterbrechen, worum es da eigentlich geht. Also, passt auf. In Europa ist es nach wie vor erlaubt, Haie zu fangen. Das machen Spanien, Portugal im massiv großen Stil. Wir reden hier über viele, viele Tonnen pro Jahr. Und das ist auch erlaubt. Die Haie müssen in Europa, zum Beispiel in Vigo in Spanien, einem der größten Häfen der Welt, angelandet werden mit ihren Flossen dran. Das ist Gesetz. Aber dann können sie abgeschnitten werden und können international in den Handel gehen. Das heißt, der Handel mit Haifischflossen ist in Europa erlaubt. Nach wie vor. Man weiß nicht immer, wo die hingehen, wie sie angelandet werden. Da ist viel Platz für Schlupflöcher. Und diese Schlupflöcher kann man schließen mit einer European Citizen Initiative, in dem nämlich eine Million Menschen abstimmen aus ganz Europa, dass die EU diese Praxis überdenken sollte. Und wenn diese eine Million Stimmen zusammenkommen, dann muss die EU-Kommission sich dieses Falles annehmen und sich damit beschäftigen. Mit dem Handel von Haifischflossen, der nach wie vor in der EU legal ist. Warum mir persönlich das extrem wichtig ist, ist, weil Haie einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle in unserem Ozean spielen. Haie sind, das wisst ihr schon, das häufigste Raubtier über 50 Kilo auf unserem Planeten. Haie sind die Tiere, die auf unseren Ozean, auf unsere ganzen Ozeane aufpassen. Sie sind das wichtigste Tier im Ökosystem Meer. Und das Meer ist unser größtes Ökosystem. Eigentlich, aus meiner Sicht, sind sie die wichtigsten Tiere auf dem Planeten. Sie passen auf unser größtes Ökosystem auf. Und vergesst bitte nicht, mehr als die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen, der kommt aus dem Meer. Und da draußen gibt es große Prädatoren wie die Haie, die passen aufs Meer auf. Die halten das Meer gesund. Das habe ich in vielen Videos schon erklärt. Und wenn man die massiv umbringt, wie das die EU nach wie vor tut, zum Nahrungserwerb, aber wie gesagt auch zum Handel mit den Flossen, dann ist das ein Problem. Denn die Haizahlen werden immer, immer weniger. Bei vielen Arten. Nicht bei allen. Das wäre... Wird Robert vielleicht gleich noch sagen, aber ich vermute mal, dass mehrere Aufnahmen, zumindest auf jeden Fall auch die Aufnahme, von dem gemeinsamen Trip mit Robert stammen. Denn vielleicht erinnert ihr euch ja generell an das Haitauch-Video von mir, wo ich auf den Azoren war, wo auch Robert und Nico mit dabei waren. Und da war auch unter anderem auch dieser Hai bei mir mit den Aufnahmen, der diesen Haken im Maul trägt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich wird das von einer langen Leine sein und der wird sich losgerissen haben und das Ding steckt jetzt bei dem im Maul. Also der ist quasi dem Ganzen nochmal knapp entkommen. Unwissenschaftlich sowas zu sagen, aber alleine Spanien... Da viele gerade schon mal fragen, der Link zu dieser Initiative, den kann ich euch gern... Okay, Max packt das hier schon rein. Gut, Max war schneller. Ist schon mal im Chat, könnt ihr euch gerne schon mal angucken. Ich schaue mir erst mal das Video weiter an. Und für die Leute, die auf YouTube jetzt schon mal da irgendwie aktiv werden wollen oder schon mal ein bisschen was davon mitbekommen haben, der Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber wir hören jetzt erstmal Robert weiter zu. Ballert pro Jahr um die 29 bis 30 Tonnen Blauhaie raus. Das entspricht ungefähr einer Menge von einer Million Blauhaie. Oftmals Flossen ab, die gehen dann nach Asien. Und was wollen die Asiaten mit diesen Flossen? Die wollen eine sogenannte Haifischflossensuppe machen. So, ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. So sehen die Flossen aus, wenn sie dann abgetrennt sind. Die werden getrocknet und kommen dann in den Handel, werden verschickt nach Asien und kommen sie in die Flosse, in die Suppe. Und die sind geschmacklos, die sind sogar giftig, denn verseucht mit Methylquecksilber. Weil Haie sind sehr langlebig, werden sehr alt, nehmen sehr, sehr viel Nahrung auf. Und damit lagert sich das Methylquecksilber zum Beispiel in deren Körpern an. Das nennt man Bioakkumulation. Und am Ende kostet so eine Suppe auch mal bis zu 100 Dollar. Das ist wirklich, wirklich schlecht. So, das heißt, man vergiftet sich damit. Das ist teuer. Das rottet Tiere aus. Das schädigt Ökosysteme. Haifischflossensuppe ist totaler Quatsch. Und wir müssen mit diesem Scheiß wirklich aufhören. Das ist total wichtig. So, ich war jetzt auf der ganzen Welt unterwegs. Das ist eins meiner wichtigsten Anliegen. Und das ist auch der Grund, warum ich Meeresbiologe geworden bin. Weil ich auf der ganzen Welt das Schindluder gesehen habe, was da getrieben wird im Zusammenhang mit Haien. So, guckt mal. Das ist ein Hai, den ich in Papua Neuginea gefunden habe. Dem fehlen die Flossen. Da hat man die Flossen abgeschnitten und das Tier lebendig über Bord geworfen. Die leiden dann bis zu 24 Stunden. Die sinken auf dem Grund, ersticken und ertrinken dort, weil sie sich nicht mehr bewegen können. Der Schnitt hier vorne im Kopf, der ist von mir, weil der Hai noch gelebt hat, als ich ihn gefunden habe. Und damit deale ich mein ganzes Leben lang schon auf der ganzen Welt, war in einigen Undercover-Missionen unterwegs, weil ich dem gerne ein Ende setzen möchte. Und weil ich nicht akzeptieren kann, dass die EU, was ja eigentlich ein cleverer Staat ist, oder eine clevere Staatengemeinschaft, das immer noch erlaubt. Ihr kennt meine Mission von Sea Shepherd vor Gambia, also Westafrika, wo wir illegal Haifischflossen konfisziert haben, also illegal abgetrennte Haifischflossen und so weiter. Also auf der ganzen Welt, es gibt dutzende Videos dazu. Informiert euch zum Thema Finning, Handel mit Haifischflossen, was damit passiert und so weiter. Und ich möchte euch das nochmal zeigen. Ja, ich mache mal kurz einen Break. Es ist natürlich jetzt ultraschwer, da von meiner Seite irgendwie groß was beizusteuern, sage ich euch ganz ehrlich. Ich gucke mir das Video, ich habe mit Robert davor schon über das Thema gequatscht. Wir haben damals schon von einem halben Jahr uns auch mehrfach über das Thema unterhalten, als wir zusammen Hightauchen waren und so weiter. Also das ist ein Thema, was schon lange präsent ist. Und auch diese Initiative, ich weiß gerade, wie man es nochmal genau ausspricht, gibt es ja auch schon ein paar Tage, aber die endet, soweit ich weiß, jetzt Ende Januar. Und muss quasi die Stimmen vollkriegen, damit das irgendwie in der EU quasi behandelt wird. Ob das dann final was bringt oder nicht, das wird man sehen. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, irgendwie zumindest mal was ins Rollen zu bringen, etwas anzustoßen. Genau, im Endeffekt hat es Bob gerade sehr gut im Chat geschrieben. Robert unterstützen, Ausführung. Naja, im Endeffekt geht es nicht darum, Robert zu unterstützen, sondern es geht darum, quasi den Müller endlich zu verbieten und damit aufzuhören. Von daher auch nochmal Ansprache an euch, da einfach mal ein paar Sekunden aufzuwenden. Ich glaube, das geht erst ab 18 Jahren, weil man wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, auch seine persönliche Daten per so irgendwas hinterlegen muss, weil das natürlich was ganz Offizielles ist und damit nicht irgendwelche Doppelstimmen kommen. Ich kenne mich nicht zu 100% damit aus. Aber es wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr euch einfach mal 5 Minuten Zeit nehmt und da reingeht. Ich habe zu dem Video an sich bis jetzt nicht viel dazu zu steuern, weil ich mich nicht auskenne, weil ich keine Ahnung habe. Aber ich möchte mir das aber trotzdem angucken in der Hoffnung, dass vielleicht auch ein paar Leute von meiner Community über einen Live-Kanal, über Twitch, sonst was da einfach mit reingehen, aktiv sind. Und ja, wenn das quasi alle möglichen Streamer, YouTuber irgendwie mal mit aufgreifen, dann könnte man vielleicht mit der gemeinsamen Internetpräsenz hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, wie auch immer, irgendwie was erreichen. Ich bin gespannt. Wir gucken mal weiter. Da. In der EU ist das ein großes Problem. Das hier sind meine geliebten Blauhaie. Da sind die Flossen schon abgeschnitten. Das sind die Haie, die Fritz und ich zum Beispiel beim Tauchen sehen möchten. Und jeder, der da rausgeht und jeder, der sich mit dem Meer beschäftigt, für den sind diese Tiere einfach unfassbar wichtig und für dieses Ökosystem. So. Problematik also, zack. Problematik ist also, es ist immer noch erlaubt, die Flossen zu handeln in der EU, den Tieren abzuschneiden, Haifischflossen zu machen. Und das steht jetzt zur Diskussion. Es gibt also eine Initiative, Stop Finning EU. Da kann man unterschreiben. Voraussetzung ist 18 Jahre alt und einen europäischen Pass. Das sind die einzigen beiden Voraussetzungen. Man geht auf die Seite. Schaut euch das mal an. Wir gehen mal hier drauf. Zack. Boom, bang. Das ist die Seite stop-finning-eu.org. Dann kann man hier auf Jetzt abstimmen klicken. Und dann füllt man das hier aus. Das dauert eine Minute. Ich habe das heute Morgen auch gemacht. Guck mal, wir sind aktuell bei 535.000. Wir haben die Mindestanzahlen in einigen Ländern schon erreicht, wie Frankreich, in Deutschland auch. Ihr seht das schon. Wichtig bei dieser Geschichte, guck mal, Österreich ist kurz davor, vor 100%. Es müssen in mindestens sieben EU-Ländern 100% der Stimmen da sein. Österreich ist eine Frage von jetzt zwei Minuten noch ungefähr. So, jetzt will ich mal kurz gucken, wie es aktuell aussieht. Ich weiß nicht, viele haben schon geschrieben, die Seite ist off. Kann natürlich auch sein, dass das schnell mal überlastet ist. Aber lass uns doch mal gerade drauf gucken. 576.000. So, bei Robert waren es auf jeden Fall schon mal deutlich weniger. Frankreich ist voll. Hamburg, Österreich jetzt schon geschafft, Freunde. Wenigstens mal hier. Komm, Spanien. Portugal ist voll. Österreich. Guck mal, das Video von Robert ist 13.1.22. Bub, 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 bub. Ist vier Stunden her. Ich gucke mir das aktuell an. Es ist gerade mal vier Stunden her. Und auf jeden Fall hat sich hier schon geil was bewegt. Sowohl Österreich hat hier voll gemacht. Malta, Digga. Selbst Malta ist hier am Start. So, das ist schon mal geil. Italien. Vielleicht haben wir noch ein paar Leute, die in Italien wohnen hier. Und trotzdem vielleicht ausgewandert sind und deutschsprachig hier den Content folgen. Aber es muss natürlich, und das ist ein krasses Ziel, hier oben die eine Million Folge gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ob es möglich ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, Freunde. Das Ganze geht bis zum 31.01. diesen Jahres. Also wir haben quasi noch zwei, zweieinhalb Wochen Zeit, da nochmal richtig reinzubauen. Das heißt, ganz klare Sache ist, erstens das Ding unterzeichnen und fertig machen. Und zweite Sache, das Ding teilen. Einfach mal im persönlichen Umfeld Bescheid sagen. Hier, guckt euch das an. Vielleicht einfach das Video weiterleiten. Ich glaube, hier ist es ganz gut erklärt. Das Video geht entspannte zwölf Minuten. Jeder, der sich dafür interessiert und ein paar Infos haben will, kann sich aber das Video angucken. Dann weiß er Bescheid. Das ist ja auch ein bisschen die Idee dahinter. Und dann rein da, würde ich sagen. So, weiter gucken. Dann wird diese Initiative gültig. Das Ding ist, es muss doch möglich sein, jetzt hier eine Million Unterschriften zu sammeln. Ja, also Mission Erde Community. Rein da, damit die EU-Kommission sich den Handel mit Haifischflossen anschauen muss. Wenn sie das ganze Ding nicht aufarbeiten, verbieten oder verändern, dann sind sie uns eine Antwort schuldig. Ganz Europa. Und das musst du erst mal bringen. Und Leute, ich möchte jetzt wirklich, ich werde den ganzen Tag zugespampt mit irgendwelchen Petitionen. Die ich für mehr oder minder eher so mittel halte manchmal. Aber das ist jetzt hier eine Nummer. Diese Geschichte, diese EU-Initiative, da können wir wirklich was verändern. Da können wir geltendes Europarecht verändern. Mit nur ein paar Stimmen. Einzige Voraussetzung, 18 Jahre alt, EU-Passport, unterschreiben, rein da. Es ist mir ein super wichtiges Anliegen. Für die Menschen, die vom Meer leben. Für das Meer an sich. Für alle Menschen, die noch Haie in Zukunft sehen wollen. Oh, geil, hier, apneumäßig. Für unseren Sauerstoffgehalt. Sucht euch irgendeinen Grund. Oder weil ihr mich unterstützen wollt, weil es meine Lieblingstiere sind. Es ist extrem wichtig. Und weil ich die Auswirkungen weltweit von dieser Scheiße gesehen habe. Und ich habe die Schnauze voll. Ich bin angetreten mit Mission Erde. Und ich bin Meeresbiologe geworden, weil ich in meiner Lebenszeit das ändern möchte. Und wir haben jetzt die Chance, das zu ändern. Und das ist, das gab es so noch nicht. Das ist wirklich wichtig. Und ich rufe jetzt hier an dieser Stelle alle großen YouTuber auf. Einen Sascha Huber, einen Fritz Meinecke. Grüße! Fabio Schäfer, Tim Gabel, Inscope, Alicia Germany, Max Pollux, Relodiac, Niklas, Martin, German Romers. Was weiß ich. Alle großen Instagramer. Jonas Ems, was weiß ich. Geht rein. Teilt diesen Kram bitte. Schreibt den Leuten. Ey, der Robert hat ein wichtiges Anliegen. Beziehungsweise die EU. Wir müssen das schaffen. Das Ding ist, wir haben bis zum 31.01. nur noch Zeit. Das sind ab heute, Stand heute, acht, neunzehn Tage, wo ich das Video aufnehme. Wenn es rauskommt, vielleicht siebzehn. Das ist schaffbar. Eine halbe Million Stüffel. Eigentlich ist es schaffbar, oder? Also, es ist halt eine, ich finde für so eine Unterzeichnung ist es eine verdammt hohe Zahl. Ja? Ähm, wenn du sagen würdest, ey, das Video, so und so viele Views, halbe Million Views, irgendein krasses Ding. Easy. Kriegt man hin, wenn Leute sich reinhängen. Aber, ich glaube, es funktioniert halt nur, wenn sich halt jeder einfach mal, äh, äh, mal fünf Minuten Zeit gibt und das Ding macht. Und nicht sagt so, ja, ganz cooles Thema, passt schon. Sondern es muss halt jeder aktiv werden, ne? Und vielleicht mal, äh, fünf Sekunden, ähm, TikTok-Zeit weglassen und mal da reinstecken. Und dann kannst du wieder reingehen in eine Lupe. Und dir auch einen Scheiß reinziehen. Äh, Stimmen müssen machbar sein. Fragt den Rezo. Wen auch immer, schickt den Leuten das und sagt, es ist wirklich wichtig, wir haben hier die Chance, etwas zu verändern. Und ich würde dieses Video nicht machen, wenn ich nicht glauben würde, dass wir es schaffen. Wir müssen jetzt mal hier als Mission Erde Community und als YouTube und deutsche Community, aber auch in den anderen europäischen Ländern, zusammenhalten und das Ding verändern. Let's un-fuck the world, so wie es Charlotte Roach mal gesagt hat. Das ist wirklich, wirklich wichtig und es ist verdammt nochmal möglich. Scheißegal, aus welchem Land die Stimmen kommen, rein da, es ist machbar, wir schaffen die Millionen. Wir geben alles. Fragt auch den Trimax. Und fragt auch mal Leute wie Monte, Yoshinator, Pablo Escobar, Baskobar. Denn auch die Angler und Aquarianer, denen ist das Meer ja wichtig. Und bei allem Beef, was da draußen herrscht und bei aller Meinungsverschiedenheit, das ist jetzt ein Ding, wo wir alle an einem Strang ziehen müssen. Am Strang der Haie. Dass wir das Ding gewuppt kriegen. Das ist... Aber nicht an der Flosse ziehen, Freunde. Sonst beißt der. Mir super wichtig. Bitte, bitte. Das kostet euch eine Minute. Das kostet euch eine Reaction. Das kostet euch ein Instagram-Repost. Bitte geht rein, teilt das Ding und lasst uns diese scheiße wuppen. Wie der Gemeinde gesagt, lasst das Ding rasieren. Lasst das Ding rasieren. Das schaffen wir. Ich bin fest davon überzeugt. Es ist im Prinzip wie eine Wahl. Also alle, die wahlberechtigt sind, die volljährig sind, können hier mitmachen. Es ist eine Stimme abgeben. Eine Stimme fürs Meer. Es ist ein Stimmzettel. So. Okay. Let's go. Let's un-fuck the world. Let's un-fuck the EU. Rein da. Aufruf an alle Großen. Ich brauche eure Hilfe. Die Haie brauchen eure Hilfe. Macht mal. Stop finning EU. Wir können es schaffen. Ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube an euch. Sonst fresse ich einen Besen. Und ich habe keinen Bock, Besen zu fressen. Scheiße nochmal. Habe ich keinen Bock drauf. Und guck mal, wir haben schon so viel erreicht. Alleine mit dieser winzigen, was heißt winzigen, mit dieser mittelgroßen Mission Erde-Community. Da wird doch mal die komplette YouTube-Deutschland-Community mal ordentlich diese Stimmen wegrasieren. Das muss doch möglich sein. Guck mal, wenn man überlegt, dass Seven Wurls Wilde die beste Folge 5,6 Millionen Aufrufe hat. Da siehst du ja, wie viele Leute schon irgendwie auf der Plattform unterwegs sind im deutschsprachigen Raum und so weiter. So, und wir brauchen davon, lass mich kurz überlegen, einen Zehntel. Man braucht einen Zehntel davon. Und wenn sich jetzt alle Communities hier mal ein bisschen reinsetzen, ne, also auch die großen Player alle mitmachen, die ganzen Streamer und was nicht alles. Ich meine, es geht auch gar nicht darum, dass jetzt irgendwie jeder da mit dem Hauptkanal irgendwie ein eigenes Video dazu dreht, der keine Ahnung hat, sonst was. Aber ich glaube, es reicht ja schon, wenn die Streamer sich das einfach angucken, dass auf deren Live-Kanäle kommt. Das tut keinem weh. So, das ist völlig okay. Wenn die Leute es über Instagram einfach ein bisschen teilen. So, ne. Es geht ja nicht darum, dass jetzt jeder sich den übelsten Aufwand macht und da irgendwie extra Inhalte für produziert. Aber ich glaube, wenn jeder einfach irgendwie mal 5 Minuten investiert, oder der eine oder andere Streamer vielleicht auch mal 12 Minuten, 7, wie wir jetzt gerade. Ähm, dann müsste das eigentlich möglich sein. Ich bin echt gespannt. Ich bin ultra gespannt, ob das möglich ist. Ob man es schafft, eine halbe Million Menschen für so etwas zu mobilisieren. Und vor allem auch, was für Leute daran teilnehmen werden aus der YouTube-Creator-Community. Ja, es gibt, ganz ehrlich, jetzt aber ohne Scheiß, was mir gerade für ein Beispiel einfällt, ist, es gibt einen Haufen Scheiß, irgendwelche Ice-Bucket-Challenges, bla, ja, äh, Liegestritte. Kühlstütz-Challenge, bla, 10.000-Kalorien-Challenge. So, das geht durch. Jeder macht irgendwie mit und findet es geil. Aber die Frage ist, ob man bei dieser Geschichte vielleicht auch mal was gewuppt kriegt, wo es nicht darum geht, irgendwelchen unterhaltsamen Hi-Haha-Kicher-Kicher-Content zu machen, sondern mal etwas, um die Welt zu verändern. Ich bin sehr gespannt. Ich packe euch den Link hier nochmal rein. Und an dieser Stelle schon mal im Voraus, falls wir das Ding schaffen sollten, danke. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Alleine, dass ihr zugehört habt, dass ihr es vielleicht geteilt habt, dass ihr reactet habt, dass ihr es kommentiert habt. Wir können das Ding wuppen. Wir müssen auch mal der EU zeigen und den Leuten, die da draußen in Sesselpupsern die Gesetze machen und denen vielleicht die Haie nicht so wichtig sind, dass es mittlerweile Menschen gibt in Europa und auf der ganzen Welt und gerade junge Menschen. Ich habe eine Idee noch. Wir hören mal noch zu Ende, aber ich habe noch eine Idee, Freunde. Ich habe noch eine Idee. Menschen, aber auch alte und kleine, denen das Meer einfach wichtig ist und denen solche Dinge vor allen Dingen auch wichtig sind. Zeigt mal, dass wir das können, liebe Community. Und damit spreche ich tatsächlich wirklich jeden an. Auch ein Knossi, auch die Angler, auch die Catch-and-Release-Angler, auch ihr mögt Haie, die ganzen Aquarianer, die Zoos. Ballert doch mal einen raus, wenn euch das wirklich wichtig ist. Das wäre mir ein Herzensanliegen. Danach können wir uns dann wieder streiten. Ha, 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 yes! Sehr gerne. Nur hier gibt es keine zwei Meinungen. Da gibt es nur eine. Rein da. Lösen. Bums, aus, fertig. Ja? Wupp. Mir kam gerade noch eine Idee. Passt mal auf. Und zwar, ich gebe jetzt mal eine kleine Anleitung. Und zwar, wenn wir einfach mal in unserem Browser geben und wir geben einfach Stop. Stop Finning EU ein. Bupp. So. Dann können wir einfach mal auf Bilder klicken. Da ziehen wir uns einfach hier so ein Bild runter. Und dann gehen wir einfach auf die Webseite davon. Und mittlerweile kann doch bei Instagram das jeder machen. Jeder kann doch so einen scheiß Sticker setzen, oder nicht? Jeder kann doch so einen Links-Sticker setzen. Das heißt, eigentlich sollten wir jetzt, guck mal, ich habe jetzt hier das Bild, ne? Rechtsklick runtergeladen. Jetzt schneide ich mir das noch schön zurecht. Bupp, bupp, bupp. Deine Stimme zählt. Es wird, ne? Alle machen sich irgendwie da ihr Profilbild schwarz und keine Ahnung was. und Anteilsnahme und sonst was. Ist ja alles schön und gut. So. Und jetzt können wir das doch einfach hier in die Story reinmachen. Und die Leute einfach auch hardcore damit zuspammen. Und jeden Tag einfach dieses Ding reinmachen. Äh, 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 äh. Zur Abstimmung. So. Und der Punkt ist, worauf ich hinaus will, Leute. Es wird jetzt Leute geben, die jetzt bei Instagram sind und gleich diesen Link sehen und das nicht raffen. Ist auch okay. Aber sie haben es schon mal gesehen. Und dann sehen sie es morgen. Und sie sehen es übermorgen. Und überübermorgen. Und jetzt stellt euch mal vor, jeder von uns, jeder Einzelne, der dieses YouTube-Video guckt, jeder Einzelne hier im Chat, haut einmal am Tag in seine Insta-Story ein Bild von dieser Abstimmung rein, was auch immer, und den Link dazu. Die Leute werden sich automatisch damit beschäftigen. Spätestens, wenn sie das bei allen Accounts sehen. Wenn sie es am vierten Tag bei allen Accounts irgendwie sehen und das ganze Instagram-Story-Ding ständig voll mit dem Ding ist, dann, äh, dann wird es einfach dazu führen, dass über kurz oder lang die Leute sich einfach damit beschäftigen werden. Zur Abstimmung. So. Fertig. So. Guckt. Einfach so hier. Bup, bup, bup. Keine Ahnung. Ihr könnt auch im Endeffekt, geht in meine Story und macht euch ein Screenshot davon. Schneidet das ein bisschen zurecht und nutzt es selber. Ich glaube nämlich, theoretisch, ähm, Links setzen in Instagram-Stories kann doch mittlerweile jeder, oder nicht? So. Bup. Raus. Geht gar nicht darum, jetzt, äh, kann natürlich auch jeder machen, irgendwie ein Statement zu machen, was aufnehmen, was zu schreiben. Aber ich glaube, dass die Taktik auch ganz geil ist, so blöd gesagt, halt jeden Tag einfach eine Story mit diesem Ding rauszuhauen. 19 Tage lang. Beziehungsweise, äh, bis das Ding halt voll ist. Vielleicht ist es auch voll schon. In einer Woche. Ich glaube, es ist wichtig, das Ding krass zu spreaden. Wisst ihr, was ich meine? Und das funktioniert halt nur, wenn einfach jeder mitmacht. Auf einer ganz kleinen Art und Weise. Es geht nicht darum, dass jeder jetzt hier einen riesen Weltretter machen will, soll und irgendwie ein extra Video drehen soll und keine Ahnung was. So von euch da draußen jetzt. Aber im Endeffekt, wenn das jeder von euch einfach in die Story haut, einmal am Tag, alle zwei Tage, alle drei Tage, muss, jeder muss sich damit wohlfühlen. Jeder muss auch dahinter stehen, ne? Ich will keinen dazu zwingen. Das ist Quatsch. Aber ich glaube, das ist eine Möglichkeit, um nochmal einen guten Push drauf zu bringen. Also nur mal als kleine Information. Wir haben vor, keine Ahnung, vielleicht 20 Minuten angefangen, dieses Video zu gucken. Ähm, seitdem sind 2000 Stimmen mehr drauf. Seitdem sind 2000 Stimmen mehr drauf. Guckt mal hier. Ich weiß nicht, das hat, nee, nicht mal. Das habe ich in der Mitte des Videos irgendwann aufgemacht. 5.000, äh, 576.000. Hier, 578.000. Über 2000 Stimmen. Gebt einfach Stop-Finding-EU ein. Ähm, äh, in Google. Dann findet das über die Website. Ähm, oder bei Robert in der Videobeschreibung, wie auch immer. So, die Frage ist ja auch, Freunde, jetzt geht das nächste Ding in die Challenge rein. Frankreich bei 278%. Deutschland bei 229%. Jetzt machen wir auch mal eine kleine Challenge draus. Wieso ist denn Frankreich über uns? Wieso hat denn Frankreich hier mehr Prozent als wir? Wir haben zwar schon mehr Stimmen, aber aufs Land gesehen wahrscheinlich, von der Länderanzahl, sind wir nur Platz 2. Freunde, auch mal eine Challenge draus machen. Auch mal einen kleinen Wettkampfgedanke draus machen einfach. Also, das kann ja wohl nicht sein. Wir müssen doch hier prozentual mal auf Platz 1 uns hocharbeiten. Also, ich glaube, es hackt ja wohl. Ungarn ist uns auch schon mit 139% hier. Nochmal linken, gar kein Problem. Bup, bup, bup. Ja, oder WhatsApp-Status. Auch geile Idee. WhatsApp-Status, auch geile Idee. Guck mal hier. Guck mal hier unten. Neues Unterzeichner. Deutschland, 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 Deutschland. Hier, auch mal angreifen jetzt hier. Auch mal angreifen. So, ist gut hier. Also, wenn ich morgen früh gucke, hier, jetzt guck mal, 230% schon bei Deutschland. Wenn ich morgen früh gucke, Freunde, dann will ich hier auch, ne, dann will ich hier einen Angriff haben. Dann will ich hier sehen, dass wir hier ein bisschen weiter uns nach vorne gearbeitet haben. Wir machen einfach eine Challenge draus. So. Vielen Dank.